Heute spielen wir mal Journey, ja ich habe keine Ahnung von dem Game, was man da machen muss oder keine Ahnung was, ich habe einfach nur nach Spielen gesucht, wenn ich ein Video aufnehmen kann, mache ich einfach nicht was, was ich aufnehmen soll und ich gerade schon ein bisschen Zeitdruck habe und jetzt hier noch schnell das Game hier aufnehmen, also ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt erstmal da hoch gehen muss, okay also die Steuerung macht man mit dem Controller, also, ja ist ja logisch, aber man muss den Controller so schwenken, so keine Ahnung und so da vorne und nach hinten, damit man so, so schaut man sich praktisch oben, ich glaube es war richtig, dass ich so hoch bin, oder, ja, okay, also ich habe echt absolut keine Ahnung von dem Game, ich habe ja noch kein Video dazu angeschaut, noch gar nichts, komplett blind jetzt hier, keine Ahnung was es da geht oder irgendwas, Grüße gehen auf jeden Fall aus an Muldimann, also es sieht schon mal schick aus, aber ich weiß dass ich mich dazu mehr als ein Video machen werde, weil ich nicht weiß, ob das so spannend ist, dass man sich das jetzt als Video anschauen würde, ähm, schreibt es einfach mal in die Kommentare, das wäre cool, ähm, okay, ich muss weiterlaufen scheinbar, hier denkt man zu dem nächsten weißen Ding da hinten oder so, oder, ja, sieht ganz danach aus, also ich habe wie gesagt absolut keine Ahnung, ob das jetzt so spannend ist, dass ich, ähm, dass man sich das jetzt überhaupt anschauen will, ähm, das wurde auch gar nichts erzählt, ich habe die direkt ins Game reingeschmissen und irgendeine Cut ziehen oder so, ich denke, ich denke mal, dass man hinten auf diesen Berg da hoch muss, oder so, ich gehe mal davon aus, ich kann was das jetzt war, okay, x halten, ah, okay, also ich kann jetzt so ein bisschen gleiten, also ich kann jetzt da fliegen schon wieder solche Dinge rum, oder braucht, muss man diese Dinge einsammeln, damit man, ähm, dieses Ding machen kann, ja gut, kann sein, okay, da unten ist der nächste Punkt, passieren jetzt wieder solche Dinge, ich weiß nicht, ob ich die jetzt einsammeln muss, ist die einsammeln? Ne, okay, das ist scheinbar noch voll das Ding, dem man sich dann da hochfliegen muss, oder so, okay, okay, wird das jetzt mal eingefallen, wird das jetzt länger, oder was? Ich glaube, es ist länger geworden, das heißt, man kann jetzt, glaube ich, ähm, öfters oder länger diesen, ähm, Gleit machen, okay, es ist, es ist jetzt krasser, ja, es ist krasser, aber ich habe jetzt keine Dinger mehr, dann stehe ich hier oben, bin ich da, bin ich da hoch? Ja, okay, ähm, so, kreis halten, okay, okay, das hat das jetzt gemacht, ähm, also, es sieht interessant aus, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so für Videos geeignet ist, sieht aber auf jeden Fall interessant aus, kreis halten, ah, okay, okay, das ist, interessant tatsächlich, das ist jetzt angegangen, das auch, okay, das ist jetzt hierhin, oder die, oder ich weiß nicht, weiß auch nicht, was es ist, sieht es von der Gesichtsform, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was ist es, so, irgendwas hat es auf jeden Fall mit dem Berg auf sich, bin ich mir ziemlich sicher, ja, ja, ich denke mal, dass das irgendwie das Ziel von dem Spiel ist, dass es mal irgendwie hinkommt, oder so, also, würde ich jetzt schätzen, mal wie gesagt, so, nichts erklärt, irgendwie, keine Vorgeschichte zu dem, etwas, was wir da spielen, oder sonstiges, wurde da jetzt einfach reingeworfen, okay, also, ich blick's jetzt gerade überhaupt noch gar nicht, um was es da jetzt geht, oder, keine Ahnung, was, okay, das ist jetzt mal wieder auf, schön, können wir reingehen, okay, wir müssen wahrscheinlich da von Ding zu Ding gleiten, aber ich habe kein so ein Ding mehr, okay, ich muss jetzt die Dinge hier einsammeln, ne, okay, komme ich da jetzt hoch? Hier ist auf jeden Fall riesig, aber ich weiß nicht, ob hier irgendwo eine unsiegbare Band ist, oder ob man bis davor kann, wo man, also man muss auf jeden Fall da hoch, aber ich würde gerne hier noch ein bisschen erkunden, vor allem da vorne an dem Ding da, und da unten, leuchtet gerade auch noch was, ein bisschen in diesem Teil, ich hoffe mal, dass ich's da hinschaffe, Oh, okay, was soll ich jetzt machen? Was ist da? Hier? Ah, okay, da werden auch, okay, da geht's nicht. Ich geh da jetzt mal da hin. Ich hoffe mal, das reicht, 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 das reicht nicht, okay. Ah, okay, was haben wir gefunden? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ähm, was das jetzt bringt, wie wir so gerade möglich da hochkommen sollen, als ich bin jetzt hier bei dem Ding da hinten. Kann man das mal einbrechen, gibt es jetzt wieder so eine Verbesserung für das Ding? Ja, gibt's, okay. Also die Idee ist nice. Ja, es ist nice, nur ich blick gerade noch nicht ganz, um was es in dem Game geht. Das blick ich noch nicht ganz. Was so von Ding her ist, ist das Game raus. Das Ziel ist auf jeden Fall da, weil da ist ja dieses Lichtding da. Aber den geht's auch noch hoch. Das blick ich jetzt nicht ganz. Ah, die muss auf jeden Fall jetzt da hoch. Probier mal, zack, zack und, ja, okay, jetzt hab ich's geschafft. Perfekt, jetzt gibt's hier noch die Verbesserung. Verbesserung nochmal drauf. Okay. Muss ich jetzt solche Blätter einsammeln oder hab ich voll? Ich weiß es noch nicht, okay, ich hab voll. Glaub ich, ja. Ich frag mich, ob man da hoch auch kann. Oder ob man überhaupt da rüber kann hier, oder ob das eine unsichtbare Wand ist. Ich glaube nicht. Oder? Kann man, kann man da hoch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht, soll ich da jetzt hoch fliegen? Ich probier's mal. Okay, das ist auf jeden Fall ein unsichtbarer Wand. Okay, also man kann schon mal nicht darüber. Also ich kann hier auf jeden Fall hoch. So. Und das Stück muss ich jetzt, glaube ich, hier fliegen. Ich hoffe mal. Oh, 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 oh. Das wird nix, das wird nix, das wird nix. Okay, schade. Hm. Hm. Ich brauche noch eins. So eins. Okay. Ich weiß nicht, ob man das hinbekommen kann. Ich werd's nochmal probieren. So, auf ein neues. Ich, man, man kann ja auch mit Kreis, wenn man Kreis hält. Au. 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 Es könnt... Ah, Mann, ey. Ja, komm, einmal, einmal, einmal probier ich's noch. Einmal probier ich's noch. So, einmal probier ich's jetzt noch. Okay. Zack. Und, zack. Und... Nein, okay. Ja, okay, das wird nix mehr. Ne, das wird nix mehr. Also, dann würd ich das Video hier jetzt aber auch, ähm, beenden. Und Fazit jetzt zu dem Game. Ja, es ist... Ist ganz nice. Für so mal. Aber ich denk, ich würd's auch hier bei dem... Ein Ding hier... Gelassen. Weil's jetzt einfach nicht so, ähm, jetzt... Wo ich denk, ja, so ein krasses Spiel, das muss jetzt weiter zocken. So spannend, so. Es ist nicht, aber es ist mal... Nix für zwischendurch. Wenn euch das Video dann gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch und ein Ambo da. Und nicht dann einen Daumen nach unten und ein Diabo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.